Beim 1. FC Saarbrücken hat es ähnlich wie beim FC Homburg ja ein paar Wochen gedauert, bis es so richtig lief. Nachdem das Team von Dieter Ferner aber mal die Kurve gekriegt hat, da gab es drei Siege in Folge. Und der Weg in Richtung Tabellenspitze bis auf Rang 4 war eingeschlagen. Mitte der Woche, dann aber nach all diesen schönen positiven Ergebnissen ausgerechnet der Rückschlag gegen den direkten Nachbarn aus der Pfalz, den 1. FC Kaiserslautern mit 0 zu 3. Heute ging es nun zur zweiten Mannschaft des FSV Mainz, dem Tabellendritten, also ein echtes Spitzenspiel. Der Liga. Daniel Scheider ist unser Reporter am Bruchweg. Kleine Änderung bei Saarbrücken im Vergleich zum Lauternspiel. Lukas Kohler rückt für den angeschlagenen Jonathan Sütko in die Defensive. Außerdem bekam Marcel Schuck die Chance von Anfang an, weil Nico Weismann muskuläre Probleme plagen. Mehr als 1.000 Saarbrücker Fans haben den Weg an den Bruchweg gefunden und machen die Auswärtsfahrt zum Heimspiel. Auch deswegen, weil die Erstligamannschaft der Mainzer heute bei Werder Bremen spielt. FSV-Trainer Peter Neustädter mit einem Sieg gegen den FCS könnte er wieder Tabellenführer werden. Schiedsrichter der Partie Joachim Trautmann. An den haben die Saarbrücker keine so guten Erinnerungen. Saarbrücken mit viel Engagement in den Anfangsminuten versuchte, das Spiel gegen Kaiserslautern aus den Kleidern herauszuhalten. Und das Spiel gegen Kaiserslautern aus den Kaiserslautern, der Stürmer, der Stürmer, der Stürmer beschwert sich da noch. Schauen wir noch mal hin, schönes Zuspiel eigentlich von Zeitz und Petri donnert da aber auch mit voller Wucht in den Torwart hinein. Und der verletzte sich dann am Knie. Pierre Kleinhelder musste also ausgetauscht werden bereits nach 10 Minuten. Stefan Steigerwald, der Ersatztorwart, musste also ran. Und Saarbrücken über Standards. Mit Nico Zimmermann. Petri steigt hoch. Aber da war wohl noch ein Mainzer dran. Schauen wir noch mal genau hin. Der Freistoß von Zimmermann. Und Petri einen Tick zu spät. Konstantin Fring rettet in höchster Not. Saarbrücken mit dem Bemühen, den Ball lange in den eigenen Reihen zu halten. Das war ja der Knackpunkt im Lauternspiel. Da gab es leichte Ballverluste. Und dann stand mal teilweise offen in der Defensive. Das ist Gergic. Schön durchgesetzt hier. Und Foulspiel Mainz. Die wussten sich nicht anders zu helfen. Also Freistoß für den ersten FC Saarbrücken. Eigentlich eine Sache für Nico Zimmermann. Aber diesmal legt sich Marcel Schuck den Ball zurecht. Und was für ein Kracher. Das 1 zu 0 in der 23. Minute durch Marcel Schuck. Wunderschönes Tor. Gleichzeitig sein erstes in der laufenden Saison. Der ehemalige Freiburger. Und die Fans natürlich obenauf. Da schauen wir noch mal mit der Lupe hin. Marcel Schuck, den hat er haargenau getroffen. Und ich denke, keine Abwehrchance da für den Torwart der Mainzer. Marcel Schuck bringt seine Mannschaft mit 1 zu 0 in Front. Und Saarbrücken bemüht jetzt das 2. Tor nachzulegen. Die Stürmer wichen geschickt auf die Flügel aus. Gergic. Enorm wichtig als Arbeiter auf dem Flügel. Dann ist Zimmermann aus dem Hintergrund aufgetaucht. Ja, und jetzt brannte es schon. Lichterloh im Mainzer Strafraum. Stefan Steigerwald hatte jetzt richtig zu tun. Der Mainzer Keeper. Nochmal Eckball über Nico Zimmermann. Und wieder wird gefährlich. Nochmal ein Standard. Nochmal Zimmermann. Und diesmal klingelt es. 2-0 für Saarbrücken. Durch Manuel Zeitz. Den Jungsbund auf Seiten der Saarbrücke. Und die Fans natürlich jetzt richtig gut gelangt. 2-0, das hätte man vorher nicht für möglich gehalten. Gefühlvolle Flanke von Zimmermann. Gergic und Zeitz gehen da zum Ball. Aber Zeitz hat die Fußspitze dran. Macht dieses Tor. Das Jungtalent enorm wichtig für den Verein. Und weiter ging es im Minutentakt. Mit Chancen für den nächsten FC Saarbrücken. Schauen wir uns das Ganze nochmal aus der Verlangsamung an. Zeitz mit der Fußspitze. Keine Abwehrchance für den Mainzer Keeper. Nochmal Zimmermann. Ähnliche Situation. Und diesmal mit beiden Fäusten ist er da, der Mainzer Keeper. Der Mainzer Keeper. Aber das ist ein Tor. Also Tabrücken vor allen Dingen bei hohen Bällen enorm gefährlich. Und ging mit 2-0 in die Halbzeit. Der FCS zunächst weiter Ton angeben. Kopfballverlängerung und Lerandi, Tor 3-0. Nee, Denkste. Abseits angezeigt vom Schiri. Schauen wir noch mal hin. Aus dieser Einstellung nicht zu sehen. Steigerwald berührt den Ball auf alle Fälle als Letzter. Also eigentlich regulär der Treffer. Aus dieser Einstellung wird es dann deutlicher. Nach der Kopfballverlängerung steht Lerandi aktiv im Abseits. Richtig entschieden vom Schiri. Es bleibt bei der 2-0 Führung. Danach eine Drangphase der Mainzer. Von denen hatten wir ja relativ wenig gesehen. Aber Saarbrücken stand auch bombensicher. Dieter Ferner hatte ja eingebläut, seinen Jungs nah am Gegner zu sein. Und trotzdem standen sie dann doch das ein oder andere Mal. Ein wenig zu tief. Gut reagiert von Michael Müller gegen die tiefstehende Sonne. Amani Kaliber scheitert hier. Amsa Brücker Keeper. Der FCS setzte natürlich jetzt auf Konterfußball. Versuchte mit wenigen Kontakten zum Erfolg zu kommen. Das ist Petri. Giergic, was macht er denn da? Wie viele Chancen brauchst du noch? Irgendwann werden die Fans dann doch mal das Wort Chancentod in den Mund nehmen, wenn es so weitergeht. Aber es nutzt ja nichts. Mund abwischen. Weiter hackern. Da ist er wieder. Das muss es doch sein. Und diesmal ist es das auch. 3 zu 0 für den 1. FC Saarbrücken. Durchatmen angesagt. Natürlich auch bei seinem Coach. Und das ist das 1. Tor. Das 1. Tor des bulligen Stürmers. Wie lange hat er darauf warten müssen? Und das ist das 1. Tor des bulligen Stürmer. Und die Fans jetzt natürlich völlig aus dem Häuschen. Viele hatten hier beim Tabellendritten mit einer Niederlage gerechnet. Und jetzt so eine Leistungsexplosion. 80. Minute. 3 zu 0 für den 1. FC Saarbrücken. Und durchatmen angesagt natürlich auch bei seinem Coach, der in den letzten Wochen trotz massiver Kritik an Giergic festgehalten hat. Sein Team hat noch nicht genug. 82. Spielminute. Freistoß. Und wieder klingelt es. 4 zu 0. Diesmal durch Niko Zimmermann. Und der lacht sich einst. Denn da war viel Glück mit dabei. Sei es drum. Auch für ihn das erste Saisontour der ehemalige Elversberger. Zimmermann packt mal wieder den Hammer aus. Aber wir sehen es deutlich. Marco Rose auf Mainzer Seite. Der gibt dem Ball die entscheidende Wende. In den Schlussminuten hätte der FCS das Ergebnis noch weitaus höher nach oben schrauben können. Aber es blieb auch so. Letztlich beim hochverdienten Sieg. Und man fragt sich, wie die schwache Heimvorstellung gegen Kaiserslautern und die Leistung heute zusammenpasst. Ich muss einfach sagen, am Mittwoch sind wir gar nicht ins Spiel reingekommen. Aus welchen Gründen auch immer, weiß man nicht. Zwei Tage später waren wir von der ersten Minute an da. Haben vor allen Dingen die Mainzer sehr früh zu langen Bällen gezwungen. Das kam uns entgegen. Und dann haben wir natürlich ein wunderbares Freistoßtor gemacht. Und der zweite Tor war auch vom Freistoß hin. Da ging man mit 2-0 in eine Pause. Und dann spielt man natürlich ganz anders auf. Nach neun Spieltagen, das erste Tor war ein bisschen zu wenig für mich. Jetzt hat Knoten geplatzt. Ich hoffe, weiter treffe ich jetzt. Wir haben alle elf Mann, die auf dem Platz gestanden, bloß Auswechselspieler, alle an einem Strang gezogen. Das war dann auch das Geheimnis vom Erfolg. Fans und Mannschaft haben wegen des vorgezogenen Lautern-Spiels jetzt erstmal eine kleine Pause in der Liga. Dürfen durchschnaufen, für Dieter Ferner und sein Team Gelegenheit, Blessuren zu pflegen und sich auf den Saarland-Pokal vorzubereiten. Roman Brunner, bitte. Wobei das alle am gleichen Strang ziehen, das sollte eigentlich kein Geheimnis sein, sondern das sollte eigentlich bei jedem Spieltag der Fall sein. Glückwunsch zu diesem deutlichen Erfolg. Das wirkt sich auch in der Tabelle aus. Und wir schauen zunächst mal auf die Ergebnisse. Preußen-Münster gegen Worms, 2-1. Essen-Elversberg, 2-0. Leverkusen-Trier, 3-2. Lotte gegen Köln, 2-1. Bochum gegen Verl, 3-0. Mainz, Saarbrücken, 0-4. Gladbach gegen den Bonner SC, 1-1. Waldhof gegen Fortuna-Düsseldorf, 4-0. Lautern gegen Schalke dann morgen. Und wir sehen in der Tabelle die Sportfreunde Lotte auf Platz 1 mit drei Punkten Vorsprung vor dem 1. FC Saarbrücken, 18 Zähler. Und dahinter kommen dann Bochum, Trier, Mainz, Köln, Kaiserslautern, Düsseldorf, Münster. Und nicht mehr im ersten Teil die Sportvereinigung aus Elversberg. Jetzt auf dem 10. Tabellenplatz mit 11 Punkten. Punktgleich mit Essen, Gladbach und Leverkusen. Also ich sagte es, da gibt es Gesprächsbedarf. Denn Elversberg war ja auch mal nach dem ersten Spieltag ganz oben. Hinten Worms, Schalke und dann haben wir den letzten Klub auch eben noch gesehen. Es ist der Bonner SC. Das Tor des Tages heute für uns hat ganz klar geschossen Marcel Schuck. Es war das 1 zu 0 für den 1. FC Saarbrücken beim FSV Mainz. Mehr Sport gibt es gleich in Aktuell. Und wir zeigen Ihnen auch gleich, was Sie morgen in der Sportarena erwartet. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bleiben Sie uns treu bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend noch.